Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pete's Meet entdeckt interessante neue Spiele. Ne, warte mal. Entdeckt interessante? Pein. Entdeckt neue interessante Spiele. So nämlich. Ja, nicht pein irgendwas. Vielleicht wird's auch peinlich. Mit dem Jonathan und dem Bram und wir spielen heute Eldarant. Das ist neues Action-RPG-Side-Scroller auf Steam. Gute Bewertung hat's bekommen und wir schauen heute mal rein. Tatsächlich, ich bin echt gespannt, wie das ist. Ja, ich auch. Und ihr habt hoffentlich viel Spaß dabei. Und ihr da die Spielen auch, natürlich. See you later. Alligator. So, ihr geiles Schnittchen. Wir entdecken jetzt hier Eldarant, ja. Und die sagte mir am Anfang, für ein besseres Spielerlebnis stehst du den Controller an. Da hab ich gemacht. Weder ist gelogen. So. Ja, ich bin sie. Outfarber is my ladder. Nein. Nein. Da. Jetzt geht los. Eldarant. Wie sehen wir denn aus? So sehen wir aus. Mit blonden Haaren. Das ist eine harte Spiel, glaube ich. Harte Spiel. Okay, wir können das Aussehen ändern. Oh, ist doch gut. Oh, schick. Boah. Boah. Banger aussehen. Sieht aus wie Peter jetzt. Krass. Sie haben den Schnittner gefunden. Die Mühner im Dienste des Hohepriesters haben jemanden gefunden, der höchig ist. Das gesamte Erdbeer wird es ein bisschen auszuschließen. Das ist sehr süß. Nein, ich hab das doch nicht bekommen. Auf einem durchschnittenden Vertrag aus Tuch wurde sein Schicksal gefunden. Ein sagenumwobenes Land jenseits der Reichweite der Vernunft. Aber das Schicksal kann so tückisch sein wie die Wellen. So verschlungen wie ein Blitz und so flüchtig wie die Hoffnung selbst. Und es kann seinen Trigger am Ufer trinken. Was die Belohnung ist, wenn das Schicksal auf dem Spiel steht. Weil das Spiel nimmt sich schon mal hardcore ernst, muss man sagen. Wird älterrand bestimmen. Das Spiel nimmt sich ernster, als ich das Spiel nehme. Das ist immer schon mal schlecht. Das sieht ja schon mal grafisch eigentlich ganz anspruchsvoll aus, finde ich. Ansprechend, nicht anspruchsvoll. Es sieht ansprechend aus. Also sind wir quasi... Unter Wasser? Nee. Gucken, okay. Kann ich hier links ins Wasser? Nein, kann ich nicht. Okay, unsichtbare Mauer. Ich glaube schon, Sommer. A zum Springen. Geil, Alter. Okay. Fühlt sich ein bisschen an wie Dead... Geil. Fühlt sich ein bisschen an wie Dead Cells. Mit dem kleinen Unterschied, dass es ein bisschen klankiger anfühlt. Oh, das ist aber... Ah, lol. Hä? Wo ist mein Schwert hin? Hä? War ich da gerade nicht? Oh, Gott, nein. Wir sind alle ertrunken. Oh, wir können nicht atmen. Wir sind alle so nass. Nein. Oh, ich habe überlebt. Oh, Shikuro. Nice. Ja, steh auf. Schwein gehabt. Und das sind wir auch schon. Spring. Okay. Okay. Ich mag Spiele, wo du direkt was machen kannst und ich in erst eine Dreiviertelstunde irgendeinem Vollidiot dabei zuhören muss, wie er irrelevante Scheiße erzählt. Ist damit der Tutorial jetzt vorbei? Oh, es gibt Levels richtig. Spiel speichern, schnell reisen und Attributspunkte zu setzen. Uh, an einem Feuer. I like it very much. Halte A zum Hü-Hersprich. Ah! Das habe ich nicht gesehen. Da ist niemand. Oh, was war das? Tja. Loll. Ich bin einfach so schlecht. Jawohl. Gewöhnlicher Bogen. Oh nein. Okay, du musst tatsächlich jedes Mal die Waffe wechseln. Ah, so kann ich gar nicht nach unten schießen. Okay, wie kann ich ihn upleveln? Charakter. Okay, ich kann Stärke, Geschicklichkeit, Vitalität oder Weisheit erhöhen. Ja, vielleicht so viel Damage wie ich bekomme. Vitalität wäre vielleicht smart. Das ist alles, was ich machen kann. Oh, das ist ja überschaubar. Finde ich nice. Oh, jetzt gibt es hier mehrere Wege. Gibt es mehrere Wege. Gibt es eine Map? Es gibt eine Map. Oh, I like it very much. Hier kann ich speichern. Hä? Warum kann ich nur da speichern? Ist das wie... Ist das wie... Bisschen wie... Souls-like? Ansehen des Briefes. Okay, bla bla bla. Ich habe einen Brief bekommen. Brief des Narren. Verdammt sei dieser Ort. Oder vielmehr, verdammt sei ich, dass ich an alberne Versprechungen geglaubt habe. Das vermeintliche Gold und der versprochene Ruhm sind nichts anderes als Schlamm und Tod. Die Luft hier betubt meine Nase und verwirrt meinen Geist. Dieser Spalt. Was kommt hier durch? Was kommt rein? Was geht raus? Verdammter Ort. Ist das die Hölle? Nein. Die Hölle bewacht diesen da. Das ist die Heimat der Sünde. Boah, krasses Lore, Alter. Sünde und Schminde und Hölle und Völle. Oh, ich werde irgendwann höher springen können. Vielleicht habe ich sogar irgendwann einen Doppelsprung. Aber noch kann ich da oben nicht rum. Schon so ein bisschen wie... Also wenn ich jetzt das Select drücke, sieht jetzt schon so ein bisschen aus wie Dead Cells. Oh. Ein Boss. Okay. Easy Game. Was passiert jetzt? LOL. Er snickt sich richtig dick. Den Jürgen. Ich bin tot. Ich habe ein Problem. Aber nochmal. Was ist hier los? Der erste Boss. Hopp, 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 hopp. Geht zum Zurückspringen. Ah! Wo, wo? Wieso habe ich kein... Ich kann nicht mehr... Ich habe keine Pfeile mehr. Das ist gar kein Boss gewesen. Den haben wir ja easy weggemacht. Ich habe den gar nicht gecheckt mit den Pfeilen, ehrlicherweise. Ähm, ein Lied leben. Lohnt sich zurückzugehen zum Speicherpunkt, weil ich bin echt am Sack. Das ist der erste Gegner. Werden wir aber machen, den ersten Boss, oder? Aber gar kein Problem. Habe ich geköpft. Guck es dir an. Kommen wir da oben hin? Nein, not yet. Aber hier kriege ich keinen Scheiß. Ein kleinen Heiltrank mit LB. Kann ich den benutzen? Pulsierende Inschriften. Geschrieben mit Blut. Ich weiß nicht, was sie bedeuten. Aber es kann nichts Gutes sein. Okay, 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 okay. Klasse. Hä? Ah. Ah. Ach so. Ich kann viel schneller schlagen, als ich es am Anfang dachte, glaube ich. Ich gebe mir nochmal ein bisschen Stärke. Dass Pfeile ausgehen können, finde ich persönlich richtig beschissen. Level up, guys. Kann man ja auch leveln? Bestimmt, ich kann die ganze Zeit schon leveln. Aber hier habe ich auch ein besseres Schwert irgendwann kriege ich wahrscheinlich, ne? Okay. Du bist weggeschoben. Es gibt hier so viele Wege. Oh. Oh. Lol. Ach so. Das ist die Wurfax. Ja, einen Brief lese ich nicht. Kostet alles Zeit. Aber wir haben einen neuen Text. Ein neuer Brief. Notizen des Beobachters Nummer eins. Kaminrote Ecken aus Licht und Schatten erfüllen diesen Raum. Gespenstische Stimmen. Wildes Gelächter. An diesem Ort gibt es nichts Gesundes oder Nüchternes. Sie beten, beten, beten. Aber was beten sie an? Und wen? Was ich weiß. Oder besser gesagt, was ich fühle. Sagt mir, dass sich in keinem dieser Worte Frieden oder Güte steckt. Ihr Gott ist böse. Böse. Der Beobachter. Beobachtet böse Götter. Aha. Frisst das. Okay, diese Wurfaxe ist ja mal ein absoluter Oberschmutz. Okay, speicher mal. Aber wenn ich jetzt... Kann ich schnell reisen. Okay. Gehe ich einfach weiter. Ich dachte, ich könnte schnell reisen. Und Schild. Okay, nice. Daher gehe ich. Er zählt zum Blocken. Okay, das... Oh Gott, das ist ja dumm. Alter. Ich bin tot. Ja, RT zum Blocken. Okay, das war... Das war überhaupt nichts. Das war... Äh, 10 von Minus. Excuse me? Möge euer Wille geschehen? Was machst du da? Ach, du bist einer der Betenden, ne? Ein Schild. Oh Gott, Schild ist natürlich 10 von 10 awesome. Aua. Hab ich... Haha, du kannst mir gar nichts. Okay, du kannst mir was. Ähm... Falsche Richtung geblockt. Ich bin gestorben. Alter, du könntest auch gar nicht durch. What the fuck? Okay, man kann nicht... Junge. Alter. Ich geschaffe... Ich kriege den Gegner nicht kaputt. Der habe mich doch gerade so easy kaputt gekriegt. Warum ist das jetzt so schwer? Was ist das hier? Möge euer Wille geschehen. Okay. Alter. Junge. Ich bin da echt zu blöd für. Das Ding ist unmenschlich stark. Alter. Alter. Ja, fick mir doch die Macaroni. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich gehe einfach immer... Excuse me. Okay. Blutorial durch... Blutritual durchführen. Äh... Ja. Der fuck habe ich bekommen. Blutige Allianz. Gibt mir Vitalität ordentlich dazu. Vier Vitalität dazu. Voll gut. Kann ich da nochmal machen? Ich habe jetzt einen Ring. Ein Ring, sie zu knechten. Auf ewig zu binden. Und schon? Entlarvungsring. Okay, geil. 500 Gold. Da. Ich habe Holzpfeil. Eins bis zwei Angriff. Axt. Dem ist 14. Okay. Wir laufen hier nochmal weiter. Da darf ich noch nicht rein. Okay. Die Sache ist so unfass... Als ob ich es so wenig... ...an Leveln entdeckt habe. Also es gibt hier wohl auch irgendeinen Händler oder sowas. Oh, ganz viele Münzen. Münzen! Gibt es hier einen Geheimgang? Nee. Alter! Das ist doch... Das ist unmöglich! Ja, unmöglich ist das nicht. Aber das ist überhaupt nicht reinrennen und der zelsmäßig draufhauen. Dann ist... Jeder Kampf ist taktisch. Du musst hier... Du musst hier alles erarbeiten. Also ich habe das Gefühl, dass das auch stark... ...von alten SNES oder SNES-Teilen inspiriert ist vom Gameplay. Es fühlt sich ein bisschen steif an, ehrlicherweise, wenn man so spielt. Ich frage mich, ob ich jetzt schon super viele wichtige Dinge übersehen habe. Alter, wie viel Kohle. Ich habe hier über 500. Wo kann ich denn die mal ausgeben? Boah, die kritischen Schäden sitzen. Kritischen Hits! Hitten! Da muss ich einfach nur schnell genug angreifen, ne? Lol. Ein Rätsel? Okay. Easy Game. Eine neue Rüstung. Altmantel. Boah, bin ich ein Gott. Dadurch kriegen wir auch erstmal eine fette Rüstung. Waldmantel. Gibt uns 8 Death. Oh, war das stark von mir. Alter, das ist einfach... Zum Abkotzen. Ich hasse solche Arten von Spielen. Ja, ich mag solche Spiele, wo du so durchflowsst. Und ab und zu ist da so ein Gegner mit dabei. Und man kann da nicht durchdashen. Ja, du hast so ein leicht vitales Ding und dann aber so ein Clunky-System. Ja, das ist Clunky, aber so auf Einzelkämpfe basierend nicht meins. Ich hoffe, das Rätsel gelöst. Jetzt sind wir auch im Wald. Wir sind im nächsten Biom. Aber wir haben hier noch ganz viele Wege gar nicht genommen. Wald des Erschubften. Also die Frage, sollte ich jetzt nochmal die anderen Wege checken? Aber jetzt sind hier natürlich alle fucking Monster wieder da. Ja, das ist ja Quatsch. Ne, da gehen wir einfach weiter. Interessanter Ort. Das heißt, wir haben den interessanten Ort aber geschafft. Ist ja blöd, dass das... Lagerfeuer. Interessanter Ort. Den haben wir aber schon geschafft. Wald der Erschöpften. Wir sind jetzt ganz woanders wieder. Alter, dieser Fickbiene hält da einfach schon mal eine Million aus. Wieso komme ich nicht? Ja, komm. Ja, komm. Loll. Alter. Aber man levelt hier nicht schlecht. Wie nochmal der Pfeilbogen. Es ist nicht so... So ein Dead Cells. Jetzt als Beispiel. Float halt da... Uh. Float halt irgendwie ein bisschen besser. Weil er fühlt sich halt so bewegungslos an, wenn er schlägt. Sondern dann bin ich halt einfach fest am Boden. Ich hoffe, ihr versteht, was ich da meine. Wieder ein Level gestiegen. Was geht hier ab? Wir gehen erstmal weiter nach rechts. Ein Shop, oder? Oh, ein Shop. Seid gegrillt, Reisender. Ich haie Polo. Ich bin ein fahrender Hinder. Und ich fahre... Ne. Führe. Die besten Ware mit mir. Die besten Ware. Ja, was hast du denn so? Eine Peitsche. Eine fette Axt. Excuse me. Ich hätte gerne diese fette Axt, bitte. Und ich hätte gerne mehr Holzpfeile. Sieben an der Zahl. Jetzt werden wir nämlich hier mal unsere Ausrüstung ändern. Kopfabschneider. Und gewöhnlicher Bogen. Wir haben den Kopfabschneider. Wir haben ihn. Alter. Wie Geld habe ich jetzt? 221. Ja, komm. Let's go. Okay. Es fühlt sich auf jeden Fall anders an. Die Waffe. Die ist auch deutlich stärker, die Waffe. Oh, was bist du? Weiß nicht genau. Die können halt schon verschiedene Sachen. Das sieht halt auch cool aus, wie die sterben und so. Nichts kann ich schon sagen. Oh. Level up. Jawollo. Geschicklichkeit. Alter, man kommt im Spiel auf jeden Fall weiter. So, ne? Es ist jetzt hier nicht irgendwie groß... irgendein Scheiß. Sondern hier wird einfach geballert. Hier geht man durch. Hier wird... Hier passiert Action. Uh-oh. Oh, ja, Moin! Oh, Gott. Oh, Schmerzen. Ah! Ich bin tot. Ich bin tot! Jetzt. Oh, oh. Ist das ein Boss? Das ist ein Boss. Okay! Was kann der jetzt? Mach das Ding. Okay, okay. Warum heilt der sich nicht? Was macht der jetzt? Hä? Alter! Junge! Der fickt mich ja komplett weg. What? Achso, da kann ich... Holy shit, Alter. Was ist das für ein Gegner? Fuck nie, Alter. Oh, Alter. Der ist aber hart. Ich bin jetzt tot. Okay, kann ich nicht mehr. Oh, Gott. Ach, come on. Mann! Ich finde das super schwer. Alter, ich bin zu schlecht. Ich bin komplett schlecht, einfach nur. Alter. Witz. Das ist ein Scherz. Okay, und wenn ich seine Händchen treffe, mache ich auch kein Damage. Alter. Ja, keine Chance. Ja, fick dann, oder? Ja, moin, Alter! Okay, würde wahrscheinlich gehen, aber ich bin zu kacke. Wir gehen jetzt woanders hin. Und... Hä? Es ist, äh... Souls-lastig gerade, fühle ich das? Ich bin einfach zu schwach. Weiß ich nicht. Oder vielleicht... Eigentlich ist der machbar. Mann! Fucking hell. Okay, das kannst du knicken. Also, das muss ich irgendwie abwehren. Läufe... Ich muss jetzt mal gucken, ob ich das nochmal... Oh... 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 Critical Hit, wichtig! Critical Hit, wichtig! Okay, das kannst du abwehren. Hier sind drei Felsen, die der schmeißt. Komm! Ja! Jetzt die Eule, komm, gib mir eine Feder. Okay. Danke, Eule. Ehreneule. Oh! Ich kann doppelspringen. Ja, und jetzt kann ich alles andere auch nutzen. Hier kann man noch links gehen. Ah, ne, dafür brauchen wir eine bestimmte Technik. Oh! Lichtbringer. Wer bist du denn? Ein ruhender Sklave. Was? Wie kann man in diesem namenlosen Abgrund weiteratmen? Und euer Verstand? Habt ihr ihn noch? Sprecht diesen Namen nie wieder aus! Sertris, der Priester, ist das leibhaftige Böse! Dieser Ort ist noch abscheulicher als seine Kreaturen. Dennoch ist es sicherer neben dem... Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Behandelt mich nicht, als wäre ich verrückt. So wie alle anderen hier. Ist das nicht unser Schicksal? Du bist ja überhaupt nicht hilfreich gewesen, du Dulli. Du bist sozusagen sehr unhilfreich gewesen. Und vor allen Dingen hat mir das jetzt auch nicht so viel irgendwie mehr gegeben, um diesen krassen zweiten, äh, ersten Post wirklich gut besiegen zu können, ehrlicherweise. Hm, man sieht nicht so oft wie viele Wesen. Okay, da ist wahrscheinlich ein Schmied. Hä? Ich dachte, hier können ich was craften. Hm. Die ganzen Texte da jetzt... Oha. Eran. Hallo, Eran. Oh Gott, wir müssen weiter. Okay, ich bin ganz ehrlich, ich müsste das Spiel eigentlich noch spielen. Das Spiel ist überhaupt nichts für mich. Gar nicht. Null Prozent. Ich mag das Spiel nicht, falls es nicht deutlich genug war. Ich finde dieses Spiel scheiße. Ich finde es wirklich nicht cool. Ich hätte jetzt noch elf Minuten auf der Uhr, wo wir das mindestens spielen sollten. Und ich mag die Steuerung nicht. Ich mag nicht, wie clunky der Scheiß ist. Ich mag nicht, wie die, wie die Hüpfe-Animation ist. Ich mag nicht, wie das Kampfsystem gemacht ist, dass jeder Gegner so eine Herausforderung ist. Wenn ich jedes Spiel eine Herausforderung haben will, dann spiele ich fucking Counter-Strike, ja. Und nicht so ein Guren-Game der Hölle. Also, kriegt eine absolute Nicht-Kaufen-Empfehlung. Ich habe mich erst auf so ein schönes Spiel gefreut, wie so ein bisschen wie Dead Cells. Du flowst da so durch und ab und zu sind da so Gegner bei, bei denen er halt nicht nachdenken muss. Das ist halt nicht gemeint, sondern diesen Flow unterbrechen muss, um deine andere Taktik anzuwenden, ja. Wie diese Boss-Gegner. Aber hier kannst du nicht rein, Gegner durchflowen und so weiter, sondern du musst... Aber da kommt eine Echse, die haut dich. Du musst gegen Taktik nicht kämpfen. Da kommt ein Flugvieh, okay, alles klar. Das Springen ist nicht cool gemacht. Den mag ich überhaupt nicht. Keine Kaufempfehlung. Überhaupt nicht. Ich bin nicht scheiße. So, ist halt so. Mal gucken, was die anderen sagen. Oh mein Gott, was bist du denn? Loll. Ähm. Loll. Schaden. Also ich tue mich halt wirklich schwer, tatsächlich mit den Bewegungen, die du manchmal da hast. Du fühlst dich halt einfach... Ich fühl mich so teilweise echt wehrlos bei manchen Sachen. Oder ich hab irgendeinen Kniff noch nicht herausgefunden. Und er sich so unfassbar bewegungslos anfühlt, wenn er schlägt. So, ich kann nicht mittendrin abbrechen in den Schlägen. Vielleicht versteht ihr, was ich meine. Das stört mich extrem gerade so ein bisschen. Aber vielleicht ist das auch meckern auf hohem Niveau. Ich weiß es nicht. Eigentlich ist das schon ein schönes Spiel. So, overall. Okay, wir sind jetzt in der Ruinenstadt. Ich hab irgendwie das Gefühl, das wird nicht einfacher. What the fuck? Ähm, bist du böse? Wahrscheinlich, ne? Ah! Hat der Godzilla gesagt? Ich hab mein Lichtschwert! Du lebst immer noch! Oh, du bist ein starker Gegner. Du bist ein sehr starker Gegner. Scheiße, die wandern. Oh, die meine... Die Zeit ist abgelaufen, aber den Fight versuche ich noch zu Ende zu machen. Hör auf Godzilla zu sagen! Hör auf zu timern! Mann! Kannst du bitte sterben? Hör auf! Timer, hör auf! Der hat ja endlich viel Leben. Ja! Wir haben ihn! 10 vor 10. Sehr gut. Und... Wir haben dadurch auch einen neuen Ring bekommen. Alter! Der Geschicklichkeitsring gibt aber alles dazu. Ist ja 10 von 10. Okay, mein Timer ist abgelaufen. Ich bin mal gespannt, was die anderen Jungs da zu sagen. Okay, aua. Der Blutungsschaden! Hä? Ich raff hier gar nichts mehr. Dann... Wie trifft er mich denn da trotzdem? Ich verstehe das nicht. Er spring. Er spring halt nicht. Oh, die Zeit ist rum. Egal, ich will zu einmal den geschickten Tricksal kaputt machen. Oh, die Zeit ist rum. Mal gucken, wie die anderen das finden. Das war unsere Zeit mit Eldrant. Ja. Und ich bin am Ende an einem Boss verzweifelt, muss ich sagen. An dem Erdklumpen? Ja. Den habe ich nicht hingekriegt. An dem Erdklumpen. Äh, ich fand das Spiel richtig scheiße. Oh! Ja, moin. Also ich fand das Spiel, das habe ich aber auch schon, habe ich auch direkt nach der Aufnahme gesagt, ich fand das Spiel eine 10 von 10 minus Kaufempfehlung. Ich fand das wirklich schlecht. Krass. Was fandest du schlecht? Ich fand sowohl die Clunky-Steuerung mit dem Schwert, also habe ich im besten erst an Dead Cells erinnert, als ich angefangen habe. Und, ähm, das hat für mich keinen Flow entwickelt beim Durchschnitzeln, sondern so jeder Gegner ist so eine Sache, auf die du warten musst, mit der du kämpfen musst. Und dadurch entsteht kein Flow und das hat mir alles keinen Spaß gemacht, bin ich ganz ehrlich. Also, das fand ich richtig, das hat mir nicht nur keinen Spaß gemacht, das fand ich sogar richtig scheiße. Ich gehe bei dem Argument von Bram auf jeden Fall mit. Ich fand es auch schwierig, weil du hast halt, ähm, du hast halt das Schwert und du hast halt das Schild, so. Und du schlägst oder sowas und du kannst gar nicht schnell genug irgendwie ausweichen, weil du noch in der Schlaganimation bist und die kann man nicht abbrechen. Weil, naja, du kannst halt weder ausweichen, noch kannst du dein Schild ziehen. Das hat mich auch extrem genervt und dadurch habe ich auch extrem viel Schaden immer bekommen und auch bei dem Erdklumpen-Boss und so weiter. So schlimm wie Bram würde ich es jetzt trotzdem nicht ansehen, weil ich glaube, das ist ein kleines Spiel, was nice to have ist, weil ich glaube, das ist jetzt auch nicht so unendlich viel groß. Und wenn man so ein Spiel mag, dann würde ich da nicht sagen, dass das jetzt absoluter Müll ist. Aber es ist jetzt auf jeden Fall auch so ein Spiel, wo ich sagen würde, da habe ich bessere Spiele aktuell auf der Liste. So, das ist halt so. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt für Leute, die halt Bock auf so ein Spiel haben, ist das für mich trotzdem noch eine Kaufempfehlung, so. Es kommt auch darauf an, wie viel Wert man auf diesen Flow legt. Also ich verstehe auf jeden Fall, was ihr meint. Ich würde auch sagen, dass es aktuell deutlich bessere Spiele gibt. Ja. Aber ich habe mich sehr stark an Castlevania auch erinnert gefühlt, was diese 2D-Castlevanias von damals waren irgendwie genau das. Da hast du dann auch jeder Schlag musste wohl überlegt sein und ob du jetzt ausweist oder nicht. Und diese Clankiness sozusagen, während Dead Cells ja diesen Ultraflow verfolgt stattdessen, sind irgendwie so zwei unterschiedliche Ansätze, wo ich auch den Flow-Ansatz eher persönlich mag. Aber ansonsten, es ist ein superklassisches Metroidvania, finde ich, was genauso auf dem Super Nintendo hätte rauskommen können, nur mit schlechterer Grafik. Aber ich merke halt keine spielerische Weiterentwicklung so groß von damals. Außer, dass du jetzt vielleicht deine Kampfstile anpassen kannst im Vergleich zu den Spielen von damals, weil du kannst ja auch mit einem Dolch kämpfen, der ja ganz anders funktioniert als Schwert und Schild oder Fernkampf und so. Ich hatte irgendwann dann eine Axt oder sowas. Oder Axt. Ich habe den Boss übrigens besiegt und bin dann noch weitergekommen. Dann kommst du irgendwann in so eine Stadt und da waren heftige Gegner und dann konnte ich nicht mehr weiter. Also, immer noch hart. Throaten-up gesagt, ganz ehrlich, ihr könnt den Rest zu Ende spielen. Oh, Gottes Willen. Okay, für Branden war es dann eher so eine Trash-Night. Das war wirklich, das war Frust von der ersten Sekunde an für mich. Das war richtig deprimierend schlecht. Andersgerechnet, ich habe das Spiel gespielt, dachte so, nice, keine Ahnung, 20 Minuten gespielt und danach dachte ich mir, ey, ganz ehrlich, das muss ich mir nicht geben. Hast du die damaligen Castlevania-Spiele gespielt, die 2D-Cassavania-Spiele? Ich glaube nicht, ne. Ja, okay. Also, es kann natürlich sein, dass da eine Hommage daran ist. Ich habe die aber auch nicht gespielt, ne. Aber dieses wirklich, also dieses Klankige mit dem Schwert und so weiter schlagen und wenn da Gegner irgendwie, die sind, die so, wenn ein Gegner rechts über dir, diagonal vor dir ist, ja, und du ein Schwert und ein Schild hast und du keine Möglichkeit hast, den vernünftig zu treffen. Weil wenn du springst und in Kombination dieser Klankige Steuerung und der sich dann in der Sekunde bewegt, bist du jedes Mal gebummst, das ist so frustrierend, also, das ist, du fühlst dich halt nicht unfähig, du fühlst dich vom Spiel verarscht. Ja, ich verstehe das. Ja, ich verstehe das auch. Das hat mich, 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 das hat mich auf so eine komische Art und Weise getriggert, also mein Frustlevel ist so hoch gestiegen, wo ich mir dachte so, Alter, das ist nicht schwer, das macht einfach keinen Spaß. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, da habt ihr es. Jetzt habt ihr es. Toll, Bram ist schlecht gelaunt, super. Danke, Leute. Nee, das nicht, weil das Spiel ist jetzt vorbei. Macht damit, was ihr möchtet. Vielen lieben Dank für das Einschalten und einen schönen Tag, bis dahin, haut rein. Bye, bye.